Wer sich nach einem guten Kaffee-Vollautomaten umsieht, um sich automatisch einen leckeren, aromatischen Kaffee auf Knopfdruck brühen zu lassen, der glaubt oft, er müsste dafür viel Geld ausgeben. Doch mit dem kleinen und günstigen Kaffee-Vollautomaten von DeLonghi bekommt man überraschend guten Kaffee für ganz kleines Geld. Denn der DeLonghi Magnificer SE Cam 22110.B ist aktuell meiner Meinung nach in der Preisklasse bis 300 Euro das Gerät mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Die Vorteile, er ist einfach sehr günstig, braucht nicht viel Platz in der Küche und ist sehr kompakt, durchgängig gute Kaffee-Getränke auch bei der Stiftung Warentest im Test mit gut bewertet. Er ist sehr leicht zu reinigen, mit ordentlicher manueller Milchschaumdüse, zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Kommen wir zu den Nachteilen. Hier ist eine eingeschränkte Auswahl an Getränken zu nennen, kein Display ist vorhanden und er ist komplett aus Kunststoff. Kommen wir zu den Ausstattungsmerkmalen. Der DeLonghi Kaffee-Vollautomat hat ein Kegelmalwerk aus Edelstahl mit 13 Mahlgraden. Die Kaffeestärke kann stufenlos eingestellt werden, die Einstellung der Brühtemperatur ist möglich, er hat einen höhenverstellbaren Kaffeeauslauf zwischen 86 bis 142 mm. Dazu kommt ein Bodenfach mit 250 g und ein Fach für Kaffeepulver. Ein cremiger Milchschaum ist dank des manuellen verstellbaren Milchaufschäumers kein Problem. Der Kaffee-Vollautomat hat Einstellmöglichkeiten für die Füllmenge, Kaffeestärke und Brühtemperatur, einen relativ großen Wassertank mit 1,8 Liter und mit etwas Übung einen sehr guten Milchschaum mit dem manuellen verstellbaren Milchaufschäumer. Die Brühgruppe kann zur leichten Reinigung entnommen werden, es gibt eine programmierbare Wasserhärte und ein vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm. Die einfache Bedienung über Direktwahltasten und Drehregler hat viele Kunden in den Erfahrungsberichten begeistert. Die DeLonghi Magnificia ECAM 22110B bereitet guten Espresso und Kaffee zu. Eine große Auswahl gibt es natürlich für diesen Preis nicht. Mit Hilfe des manuellen Milchaufschäumer lassen sich auch leckere Milchkaffeegetränke machen. Persönliche Vorlieben bei der Kaffeestärke, Wassermenge und Brühtemperatur können eingestellt werden. Als Getränke stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung. Espresso und Doppelter Espresso, Espresso Lungo, Kaffee, Cappuccino mit manueller Milchaufschäumung und Latte Macchiato mit manueller Milchaufschäumung. Dazu eine Heißwasserfunktion. Die Bewertungen der DeLonghi Magnificia ECAM 22110B sind für diesen günstigen Preis überraschend gut oder besser gesagt einfach sehr gut. Nach negativen Erfahrungsberichten muss man sich lange umsehen. Erst einige positive Bewertungen. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis kostet für das Gebotene wirklich nicht die Welt und eigentlich fehlt nichts. Milchaufschäumer mit Dampf dabei, damit sind gute Ergebnisse erzielbar, muss ein bisschen geübt werden, aber kein Hexenwerk. Der Kaffee schmeckt super, die Maschine ist in echt wesentlich schicker als auf den Bildern. Bei dieser Maschine passt sogar der große To-Go-Becher meiner Tochter unter den Auslass. Erst zudem, und das ist ja eigentlich das Wichtigste, schmeckt der Kaffee wirklich so lecker. Wir hatten es satt, Pads und Kapseln zu kaufen. Wir wollten endlich guten und frischen Kaffee Cappuccino genießen. Die Installation ist mehr als einfach in die Steckdose stecken und starten. Die Reinigung ist super einfach. Die ganz wenigen negativen Bewertungen sind überwiegend auf Bedienungsfehler und Defekte zurückzuführen. Die erste Maschine war nach drei Wochen defekt. Defekte kommen leider immer mal bei technischen Geräten vor. An sich eine gute Maschine, allerdings schon die zweite, die nach jeweils drei Jahren den Geist aufgegeben hat. Diesmal das Mahlwerk. Keine Meldung bei geringer Wassermenge, wenn diese für einen Kaffee nicht ausreicht. Kommen wir zum Fazit. Die DeLonghi Magnificia S-Ecam 22110B konnte nicht nur im Test der Stiftung Warentest mit einem Gut überzeugen, sondern auch in den sehr vielen Bewertungen und Erfahrungsberichten der Nutzer. Da die Maschine ein absoluter Topseller ist, gibt es unglaublich viele Erfahrungsberichte. Gelobt wird immer wieder der gute Espresso und Kaffee. Dazu natürlich der sehr günstige Preis von um die 300 Euro. Abzüge gibt es für ein fehlendes Display und null Edelstahl. Meine klare Nummer 1 bei den günstigen Kaffeevollautomaten bis 300 Euro. Immer günstige Angebote zur DeLonghi Magnificia S-Ecam 22110B und vielen weiteren Kaffeevollautomaten findet ihr auf meinem Blog. Schaut also gleich vorbei. Der Link ist auch in der Videobeschreibung.